Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Ronny und heute geht es mal um das iPhone 16 Pro. Ich habe es mir bestellt. Ich wechsle vom iPhone 15 Pro auf das iPhone 16 Pro. Dadurch, dass ich meine Videos außerhalb immer mit dem iPhone drehe, hier zu Hause habe ich natürlich mein anderes Equipment. Wenn ich aber unterwegs bin, dann nutze ich hier gerne mein iPhone und das aber auch gerne mal ohne zusätzliche Mikrofone. Ich habe zwar das Rode Wireless Pro, ich habe auch das DJI Mic 2, aber es ist nun mal so, manchmal ist es dann immer dann, wenn du es brauchst, nicht dabei. Und deswegen hoffe ich mir einfach, dass hier mit dem Ton ein bisschen was geändert werden kann. Denn Apple hat ja auch da vorgestellt, dass man Kinoton simulieren kann oder was auch immer. Da erhoffe ich mir einfach, dass das damit gut funktioniert. Ich habe auch hier schon mal mein altes iPhone 15 Pro mal auf den Tisch gelegt, damit wir uns das dann gleich mal anschauen können. Aber erstmal machen wir das 16 Pro mal eben auf. Klar, hier ist es jetzt nichts Neues. Die Verpackung wird immer schmaler. Der Stecker ist ja schon mit dem iPhone 14, glaube ich, damals weggefallen. Seitdem gibt es da keinen Stecker mehr drin. Aber gut, lasst uns mal beginnen. Ich habe hier das iPhone 16 Pro in wieder schwarz bestellt, mit 128 GB wieder gekauft, da ich alles über die iCloud mache und somit nie in, sage ich mal, Probleme gerate, dass ich keinen Platz mehr auf mein Gerät habe. Auch hier bei meinem iPhone 15 habe ich immer so viel Platz, dass ich locker 40 GB direkt drauf aufnehmen kann. Deswegen finde ich das ganz gut. Und ja, so dann packen wir es mal aus. Das 16 Pro einfach hier natürlich wieder an der Lasche ziehen. Das kennen wir ja mittlerweile von Apple. Das haben sie ja jetzt überall so. Früher noch alles in Plastik eingepackt und heute einfach so. So, da ist das iPhone 16 Pro und das ist die Rückseite von dem 15 Pro. Also ich werde das jetzt einfach immer mal auch direkt daneben legen. Ich habe nicht die Max-Variante, deswegen bin ich gleich mal gespannt, wie sich das Verhältnis jetzt ändert. Deswegen werden wir es jetzt hier auch direkt mal rausnehmen. Ja, das lege ich mal gerade hier auf Seite. Dann können wir gleich mal die Größenverhältnisse anschauen, sodass was auffällt direkt ist, das Kabel ist neu eingepackt. Ja, wir haben hier jetzt auch ein gesleeftes wieder dabei. USB-C auf USB-C müsste das sein und ein, ja, für den SIM-Karten-Tray. Und ansonsten haben wir jetzt hier noch das Papier, ist so reingewandert. Also ihr seht, auch hier am, ja, Design vom Karton hat man ein bisschen was geändert und das dazu. So, jetzt haben wir hier das iPhone 15, hier das iPhone 16 Pro, um die noch zu unterscheiden. Man sieht auch ganz klar, es gibt keine großen Unterschiede. Es wirkt jetzt etwas, als wenn das hier etwas dunkler wäre. Ich tausche mal gerade die Seiten, ob das wirklich so ist. Ne, es kommt nur vom Licht. Okay. Jetzt wirkt das nämlich dunkler, deswegen, das sollte eigentlich keine Unterschiede geben. Genau, man sieht auch hier, man muss wirklich aufpassen, dass man die nicht vertauscht. Das Einzige, was halt wirklich auffällt beim 16 Pro wäre jetzt hier der neue Kamera-Button, wie es Apple nennt. Und zwar hier unten diesen. Der ist dann wie beim MacBook so, dass man den haptisch drücken kann und das gibt dann so ein Feedback. So wie damals den alten, ja, vom iPhone 8 gab es ja noch den haptischen Button, also den Home-Button, den man so gedacht, man drückt ihn, aber der wird sich nicht reingedrücken lassen. Wenn sich das hier in der oberen Kamera ein bisschen anders aussieht, ich habe hier noch eine Glasscheibe drauf, also Glasschutz. Das habe ich eigentlich immer drauf, Glasschutz und ich nutze auch immer Höhlen. Also deswegen habe ich hier eigentlich keinerlei große Abnutzung nach einem Jahr. So, dann wollen wir das mal eben abmachen hier. Zack. Ja, das ist jetzt iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro. Also die Größenverhältnisse, es soll ja minimal größer geworden sein, kann das jetzt hier, ja, hier kann ich es bestätigen. Ganz minimal ist es größer geworden. Ich lege es hier mal in einem direkten Vergleich euch so zusammen, damit ihr das sehen könnt und euch dann selber ein Bild davon machen könnt. Und auch hier nochmal die Rückseite, da spiegelt es vielleicht nicht so sehr, wenn wir jetzt noch die Hülle mal nehmen, dass hier wirklich beide dieselbe Höhe haben, damit ihr seht, dass ein kleiner Größenunterschied entstanden ist. Genauso werden wir das jetzt auch mal in der Breite machen. Auch hier merkt man, dass das 16 Pro leicht breiter geworden ist, was man halt anhand der Specs auch erkennen konnte. Ja, aber ganz minimal. Also es ist wirklich, ja, man müsste sich das mal auf der Webseite anschauen. Also wenn man sich das auf der Webseite anschaut, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt auf dem 16 Pro 6,3 Zoll Display haben und auf dem 15 Pro 6,1 Zoll. Ich werde auch nochmal zu den Größen herunter gehen, damit wir uns mal ganz kurz die Dimensionen vom Gerät selber anschauen können. Genau. Und da ist es so, dass die Höhe vom 16 Pro genau um 3 Millimeter angestiegen ist. Also wir haben jetzt, die Höhe ist etwa 3 Millimeter höher und in der Breite ist es ungefähr 9, also 0,9 Millimeter breiter geworden. Also wirklich noch nicht mal ein ganzer Millimeter. Aber das auf jeden Fall zu den Größenverhältnissen. Jetzt hat man natürlich beim iPhone 16 Pro diesen neuen Schalter, der auch beim iPhone 16 vorhanden ist. Darüber soll die Kamera gesteuert werden können. Ich habe schon aus vielen Videos entnommen, dass das, ich merke es jetzt selber, dass der Button wirklich, also wirklich zu weit nach dort gelangt ist. Wenn man das jetzt so, verdeckt man immer. Also ich bin jetzt hier genau auf dem Button. Ihr seht es, ich verdecke dann halb das Display. Es ist wahrscheinlich dann sogar sinnvoller, das Ganze wieder über das Display zu steuern. Allerdings hochkant, muss ich sagen, empfinde ich das doch etwas besser. Wenn man jetzt zum Beispiel Storys macht oder so und das dann auch hierüber machen könnte, dann wäre das mit Sicherheit gut. Aber das werde ich auf jeden Fall auch testen. Werde dann dazu noch mein Fazit geben. Ja, ansonsten, die Kanten sollen leicht etwas runder geworden sein. Das kann ich jetzt hier so auf den ersten Blick nicht sehen. Hier sollen noch mal etwas runder geworden sein. Was ich auf jeden Fall sagen kann, da ich ja immer die Geräte mit Hülle nutze. Hier ist es so, dass es rutschiger sich anfühlt beim 15 Pro als jetzt beim 16 Pro. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben für die Leute, die das immer ohne Hülle tragen. Also ich merke, dass das hier nicht so rutschanfällig ist wie das 15er. Vielleicht ist es jetzt eine Einbildung, aber ich meine, dass das so ist. Jetzt, wo ich beide im Verhältnis in der Hand habe, würde ich sagen, dass dieses hier leichter rutscht als das hier. Also das 16er in der linken Hand und das 15 Pro in der rechten Hand. Also ich meine mir das einzubilden, aber deswegen habe ich auch meistens eine Hülle. Es ist eigentlich manchmal schade, dass man da eine Hülle drum tut, denn die Geräte sind ja wirklich sehr hübsch. Ja, die Kameras haben sich natürlich auch verändert. Auch hier sind sie noch mal ein Stückchen weiter rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man das hier in dem Vergleich von oben sehen kann. Also man sieht ganz klar, dass beim 16er die Kameras noch mal weiter rausgekommen sind. Und die Geräte haben dieselbe Tiefe. Das heißt, definitiv sind die Kameras dicker geworden. Das sieht man ganz klar hier in diesem Vergleich. Das ist auf jeden Fall zu diesen Größenunterschieden und zum Vergleich ein kleines Unboxing. Wie gesagt, ich kann mal das Kabel, werde ich mal noch auseinandernehmen, weil das interessiert mit Sicherheit ja auch viele. Das werden wir uns nochmal eben anschauen. Auch hier finde ich gut, dass man das jetzt mittlerweile so gemacht hat, dass man es nicht zerreißt, das Kabel, die Verpackung. Früher war es ja wirklich so, dass man die Verpackung immer zerrissen hat. Und ich bin ein großer Fan davon, Verpackungen immer wieder mit beizulegen. Also originale Halterungen oder originale, ich sage jetzt mal, Kabelhalterungen oder sowas. Und da spielt mir das hier gut in die Karten, dass ich das dann hier so schön mit reinpacken kann. Und der, der dann mein Gerät gebraucht in zwei Jahren oder vielleicht nächstes Jahr sogar schon übernimmt, der wird dann daran seine Freude haben. Ja, ansonsten, das Kabel, wie gesagt, ist gesleeved. Das war aber, glaube ich, vom letzten Jahr ebenfalls schon so. Das ist kein ganzer Meter, das müssten 80, 80 vielleicht sogar doch ein Meter, könnte sogar ein Meter lang sein. Das soll es auf jeden Fall dazu gewesen sein. Ich werde natürlich jetzt ein bisschen testen, wie es sich im Alltag schlägt. Werde dann natürlich auch nochmal ein separates Video zu meinem iPhone 16 Pro dann machen. Das iPhone 15 Pro, das geht dann wieder in den Umlauf. Ich habe da schon einen Käufer für und hier ist es dann natürlich so, dass wir das dann testen werden und ich werde berichten, wie es sich dann anfühlt. Es soll ja auch diesen Unterschied vom Display her geben. Da bin ich mal gespannt, also dass die Displayränder, das sieht man jetzt hier bei dem Dunklen natürlich nicht so krass, aber ich sehe es schon, dass die Displayränder auf jeden Fall schmaler geworden sind. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich werde euch dann darauf auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass dieses Video einmal wieder hilfreich war für dich. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du hier keins der weiteren Videos verpassen wirst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag oder Abend oder wenn du jetzt ins Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers!